Der heutige Tag ist was ganz, ganz Besonderes, nämlich der 26.11. Das mag jetzt noch nicht so interessant sein. Wenn man allerdings weiß, wann ich das erste Video hochgeladen habe, nämlich am 26.11.2013, dann könnte man so minimal vermuten, huch, das ist ja vor genau einem Jahr. Tatsächlich, ich habe Geburtstag, mein Kanal hat, besser gesagt, Geburtstag, mit dem ersten Video Let's Play Warlock, Master of the Arcane, Schneeelfen auf dem Vormarsch, habe ich begonnen zu Warlock, Master of the Arcane, Warlock, 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 mhm. Und das ging dann über ganz, ganz, ganz fast 300 Videos so weiter, bis zum heutigen Tage, an dem ich Geburtstag feiere. Ich danke allen lieben Zuschauern und Helferlein, danke, 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 hier auf viele weitere Jahre, falls ihr denn das haben wollt, ich hoffe schon. Mir macht das nämlich sauviel Spaß, auch wenn teilweise das RL, das Real Life, so ein bisschen dazwischen funkt, aber ich hoffe, das ist kein so sonderliches Problem. Und ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wer immer Geld grüße, euer Mr. Kurzi. Aber nein, ich habe noch ganz, ganz viel zu erzählen, nämlich möchte ich noch den ganzen Zuschauern danken. Zuerst einmal den 34 Abos. 34 Abos scheint jetzt nicht so sonderlich viel zu sein, ist es im Grunde auch nicht, aber mir bedeutet das sehr viel. Es gibt zwar auch einige, die nicht so sonderlich viel sagen, aber es gibt auch sehr viele talentierte Kommentarschreiber, bei denen ich immer, egal wo ich bin, einfach mal das Handy anmache und nachlesen muss, auch mitten in der U-Bahn, mache ich das Handy an, wenn ich eine Nachricht bekomme, uh, da kam wieder ein schöner Kommentar von meinen Abonnenten, das freut mich. Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Von mir aus könnten die Zahlen auch weiterhin steigen, das würde mich nicht sonderlich aufregen, sondern, wie auch immer, wir können auch bei 34 Abos bleiben, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Hauptsache, ihr seid so toll, wie ihr bisher auch wart. Dankeschön an die Abonnenten. Als nächstes möchte ich gerne mal die Aufrufe und die geschätzte Wiedergabezeit nennen. Das mag jetzt vielleicht nicht so viele interessieren, wahrscheinlich niemanden, aber trotzdem. Es gab 12.000 Views. 12.000 Views. Das mag jetzt für einige nicht so sonderlich interessant sein. Ja, 12.000 ist jetzt auch nicht so. Die Welt, das hatte ich schon mit 12 Jahren. Oder mit fast 12, wie einer immer so schön sagt. Nee, auf jeden Fall 12.000 Views für einen kleinen YouTuber wie mich. Das ist wunderschön. Ganz ehrlich, das... Wow, Dankeschön. Danke, 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 liebe Zuschauer. Danke, dass ihr mir 12.000 Views beschert habt. Ich hoffe, dass das weiterhin so geht. Und schreibt einfach in die Kommentare irgendwas. Das freut mich immer. Kurz mal zur geschätzten Wiedergabezeit. Um das mal in Tagen umzurechnen, wenn man nonstop meine Videos schauen würde. Wie viele Stunden, äh, wie viele Tage, glaubt ihr, wurden nonstop angeschaut? Falls ihr meine Frage überhaupt versteht. Geschätzte Wiedergabezeit sind knapp oder etwas mehr als 60 Tage. Das heißt, 60 Tage wurde quasi nonstop angeschaut, meine Videos. Tolle Deutsch gemacht. Satzbau Yoda. Auf jeden Fall 90.000 geschätzte Minuten. Oder mehr als 90.000 Minuten wurden meine Videos angeschaut. Ich wiederhole mich, aber ich... Ganz ehrlich, ich bin überwältigt. 90.000 Minuten. Ich muss sagen, Respekt, meine Lieben. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Auch wenn jetzt teilweise an einigen Tagen wirklich bloß die durchschnittliche Wiedergabezeit so bei 10 Minuten ist. Ne, ich schau grad nach. Das Mindeste waren 17 Minuten. Oder? Ja, das Mindeste waren 17 Minuten. Respekt. Okay, ganz am Anfang, da waren es doch 20 Sekunden. Was? Okay, am 15.12. gab es eine Wiedergabezeit von 20 Sekunden. Da hat wohl 20 Sekunden. Ach du weißt. Okay. Auf jeden Fall, danke, danke, danke für die ganze investierte Zeit in meinen Kanal. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich quassel hier schon seit 5 Minuten rum. Das gibt's doch nicht. Es gibt noch in ein paar Tagen, wahrscheinlich morgen oder übermorgen, gibt's ein kleines Special-Video, wo nicht einmal Mega-Satan uns aufhalten kann. Ich glaube, ihr wisst, also die, die das Spiel kennen, wissen schon, was ich dann spielen werde, zumindest eine Folge lang. Für alle anderen könnte es interessant werden. Das Spiel ist nicht so für jeder Mann, aber es macht Spaß zum Zocken, das ohne Frage. Und ich würde dann auch sagen, ich habe lang genug geschwafelt. Danke, danke für das eine schöne Jahr. Vielen, 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 vielen Dank. Und ich würde sagen, auf ein weiteres schönes Jahr mit euch allen, mit allen Abonnenten, mit allen Zuschauern. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es wird euch gefallen und wie immer Geld grüßli, euer Mr. Kruzi. Ich hoffe, es hat euch gefallen.